Recruiting Analytics Bei der Schaltung von Stellenanzeigen ist es wichtig zu erkennen, welche Schaltungen lohnend und erfolgsversprechend sind. Um die Auswertungsmöglichkeiten über die Performance der einzelnen Anzeigen zu vereinfachen, wurde im Rex Recruitment in der Vakanzakte der neue Bereich Statistik geschaffen. Die beiden bereits existierenden Widgets, Übersicht und Publizierungen wurden überarbeitet. Das Widget Übersicht Das Widget Übersicht liefert einen Überblick über die eingegangenen Bewerbungen und in welchem Metastatus sie sich aktuell befinden. Das Widget wurde um die Ansicht Funnel erweitert. Hier wird aufgezeigt, wie viele Bewerbungen welchen Metastatus bereits erreicht haben. Ebenso wie alle vorherigen Phasen, zum Beispiel die Reichweite der Stellenanzeige oder die Conversion Rate. Durch den Funnel lässt sich feststellen, an welchen Stellen der Recruiting-Prozess optimiert werden kann. Es ermöglicht jederzeit einen detaillierten Überblick und Auswertungsmöglichkeiten über jeden Schritt im Bewerbungsprozess für die jeweilige Stelle. Die Funnel-Übersicht offenbart sehr übersichtlich Stärken und Schwächen im Bewerbungsprozess. Wo gibt es große Brüche bzw. hohe Absprungraten? Widget Publizierung Das Widget Publizierung zeigt auf einen Blick je Publizierung das Publizierungsziel, den Status, die Kosten, sowie Aufrufe und Bewerbungen der Stellenanzeige auf dem jeweiligen Kanal. Die Conversion Rate, Aufrufe-Bewerbungsformular zu Aufrufe-Stellenanzeige, die Cost per Candidate und die Cost per Hire sind sofort ganz oben einsehbar. Die Liste zeigt alle eigenen Job-Portale plus alle weiteren Kanäle aus dem Multiposting. Widget Statistik Das Widget Statistik bietet je Publizierungsziel die statistischen Daten der Veröffentlichung im direkten Vergleich zu den durchschnittlichen Daten der Job-Kategorie anhand eines grafischen Balkendiagramms. Auch lässt sich die aktuelle Vakanz im Vergleich zu allen anderen Vakanzen in einem bestimmten Zeitraum betrachten. Dank der Filtermöglichkeiten im Aufklappbereich des Widgets können die angezeigten Publizierungsziele, der Vergleichszeitraum und die zu vergleichende Job-Kategorie definiert werden. Unter Ansicht sehen Sie die entsprechenden Conversion Rates, Anzeige zu Formular und Stellenanzeige zu Bewerbenden, sowie die verschiedenen Möglichkeiten zur Ansicht der Aufrufe. Die Balken werden hierbei relativ zum Publizierungsziel angezeigt. Auch dies bietet Ihnen viele Hinweise auf Optimierungsmöglichkeiten Ihrer Stellenanzeigen. Mit den Auswertungsmöglichkeiten im WREX Recruitment haben Sie alle Daten der Vakanzen übersichtlich parat. Unsere Recruiting Analytics Tools bieten hervorragende Publizierungsanalysen und somit mehr qualifizierte Bewerbungen. Durch die Abbildung der gesamten Journey des Recruiting-Prozesses haben Sie jederzeit den vollen Überblick darüber, welche Anzeige wo publiziert ist, wie sie performt und natürlich über alle Kosten. Fordern Sie jetzt Ihren Demo-Zugang an und überzeugen Sie sich von unserer Software.